Ja, heute bei dem schönen sonnigen Tag bin ich ganz schön früh aufgestanden und dann auch wieder ganz schnell nach Hause gegangen. Ja, dann habe ich mir erstmal noch bei dem schönen sonnigen Tag den kurzen Weg über den Park gegönnt. Dann bin ich einmal flugs lang, einmal hier runter, ja, dann an dem Slackliner vorbei, irgendwie ganz lustig. Hat sich schön hier mit Mucke ein Plätzchen gemacht. Ja, dann bin ich einmal hier noch zack über das kleine Mäuerchen runter und dann muss ich noch den Weg da hinten entlang und dann bin ich ja schon zu Hause. Ja, dann erstmal durch die Haustür unten durch. Ja, dann, Gott sei Dank habe ich mich nicht weit, zack, die Treppen hoch. Und dann, als ich dann endlich oben war, erstmal noch zack, die nächste Tür aufgemacht. Dann bin ich dann erstmal rin und erstmal die Schuhe sofort ausgezogen und weggeschmissen, weil nämlich heute Abend die US-Wahl oder heute Nacht die US-Wahl stattfindet. Und ja, die geht die ganze Nacht und deswegen bin ich dann erstmal noch flugs ab ins Schlafzimmer und habe mich ins Bettchen gelegt, um zu schlafen. Und ja, vielleicht sehen wir uns heute Nacht.